Hallo und recht herzlich willkommen hier in PlayerUnknown's Battleground. Mit dabei sind der YouTube-SetOne. Eins, zwei, drei. So zählt man neuer den Kunde. Hi Leute. Ja, mein ewiges... Ich habe natürlich draufgezählt. Ja, natürlich. Ihr habt das nur falsch verstanden. Ja, ja. Der Aktidak. Fuck. Und die Miss Aktidak. Hi. Und unser Ziel ist die Insel. Sehr wahrscheinlich. Für zwei auf jeden Fall. Für zwei auf jeden Fall. Und dann fliege ich mal wieder zu diesen zwei weißen... Nein, wir werden alle sterben. Das sowieso. Ich fliege zu diesen weißen Doppelhäusern. Ich versuche dort ein Boot zu finden. Okay. Wer ein Boot gefunden hat, soll rüberfahren. Nicht auf den anderen warten. Weil ich glaube, wir haben heute ein bisschen weniger Zeit. Wer sucht denn jetzt alles Boote? Äh, ich nicht. Caro wird ein Boot suchen und ich werde ein Boot suchen, glaube ich, oder? Okay. Ich bleibe auf einem Festland und bringe Leute um. Ich habe kein Boot. Hast du ein Boot? Ich habe... Ich habe... Wellen gangen, aber kein Boot. Hat sich also erledigt. Jo. Ja, Boote sind rar. Ja, das würde sich heute überhaupt nicht ausmachen. Okay, schnell looten und Fahrzeug suchen und runter. Fahrzeug gefunden. Perfekt. Ja, bei mir steht auch direkt ein Fahrzeug. Das ist ja... Top-Sache. Supi. Das ist supi. Und Doppel gefunden. Och, ich liebe das Spiel jetzt aktuell wieder. Bisher nur Stufe 2 Rucksack. Sepp heute gar kein Klub. Klub. Hier. Klub. Also, ich nehme das Auto und fahre erstmal zu Caro hoch, ne? Ja. Ähm, ich hole Sepp ab. Okay. Sepp muss noch fertig. Wo fang ich hin? Maschinenpistole. Geht, geht. Kommt dir entgegen, gell? Irgendwie. Wenn du Benzinkanister findest. Nein, leider. Haben wir noch Zeit zum Looten jetzt, oder nicht? Ja, haben wir ein bisschen. Ja, bis jetzt... Wenn Fahrzeuge da sind, kann man looten. Okay. So, Sepp, Fahrzeuge da aufhören zu looten. Vorsicht. Ja. Ich bin da. Uhu. Vorsicht, ich komme. Da unten war nichts Gescheites. Nein. Lass ja nicht den Sepp fahren. Ja, ich werde Sepp erschießen, wenn er dort einsteigt. Ihr müsst mir auch mal vertrauen. Wie Sepp, was? Okay, Sepp. Du kriegst von mir eine Vertrauenschance. Eine Vertrauenschance. Oh Gott, jetzt krieg ich schwitzige Hände. Oh. Die ist offen. Ja, die Türen hab ich aufgemacht. Oh, nee. Was passiert? Das ist alles kökke. Ich hasse das. Seid ihr bei mir denn in der Nähe? Ich bin bei dir, Mr. Sepp. Und wo sind die anderen beiden? Sind da hinten. Die sind die Straße runter. Dann. Sepp, du bist doch ein Doofkop. Hast du dich überfahren? Warum bin ich ein Doofkop? Kommst du zu mir? Ja, ich komme jetzt schon. Weil du einfach mal Schlafpillen vergessen hast. Ah, nee. Da war ich noch gar nicht drin. Sollen wir da eben hinfahren? Oder kriegst du das, kriegst du das geregelt? Was? Kriegst du das geregelt oder nicht? Ist schon. Dann ist gut. Was? Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir springen ins Auto und kommen zu euch. Nein, du fährst nicht. Nein, nein. Ist da noch einer? Weiß ich nicht. Komm, Sepp. Komm. Hat der eine Pistole oder so? Musst du mal schauen. Ich habe mir nur schnell die Schrotze genommen. Hey. Hier oben liegt immer... Los, komm, 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 komm. Was? Hier oben liegt eine Pistole, die habe ich jetzt eingepackt. Na, komm, wir müssen denen jetzt helfen. Oder hat er eine? Vollgas. Okay. Alter, wenn du jetzt hier anfängst, wie eine Frau zu handeln, hier in Form von Nuss, verordentlich, bleibst du da aus und läufst. Da ist ein Boot. Dann nehme ich lieber Caro mit. Wir fahren aber nach da hinten nochmal, ne? Ja, ja. Hi. Wohin? Aha. Meine Güte, hat der mich jetzt erschreckt. Ja, ich denke mal. Ja. War der nur alleine oder der zweite ist abgehauen, weil er keine Waffe hatte? Keine Ahnung. Aber der, der da alleine war, ist auf jeden Fall tot. Ja. Das ist doch schon mal gut. Und gelootet. Ah ja, wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist es... War er? Ja. Ja. Passt. Dürren sehen zu aus auf jeden Fall. Ja. Ich fahre aber auch rein. Ja. Wir fahren Haus weiter. Dann fahren wir uns gleich um, Caro, ne? Du wolltest auch dahin. So. Eine Häusergruppe weiter, ja. 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 Bleib noch drin, bitte. Ja. Ja, der hat den Überraschungseffekt mit der Autopumpe. Ich sagte doch, bleib doch drin. Ja, stell doch schon mal. Step A. Ja. Mit der Autopumpe auch noch, ne? Ja. So. Man muss ja sagen, er hat es ja gut gemacht in der Hinsicht, ne? Ja. Er hat euch gut überrascht. Aha. Ist jemand hier in den Schuppen? Aber er hatte, glaube ich, eher damit gerechnet, dass ich... Kekke, hast du eine zweite Waffe? Äh, jetzt schon. Eine Autopumpe im Schuppen. Auch keine Autopumpe. Ich spiele aktuell nicht mit Autopumpen. Okay. Jemand von euch die Autopump? Ja. Ja, 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 ja. Die ist hier bei dem blauen Haus im Schuppen. Ja, nein, ich habe eine. Achso. Ja, ich nehme Munition für dich mit. Du hast ja gefragt, wer hat, oder? Nee, wer möchte, die haben. Achso. Ich habe... Ich habe verstanden, wer hat. Okay. So, Sep, komm. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Bist du da schon fertig? Fast. Dauert noch ein Augenblick, dann bin ich fertig. Ja, fast. Ich kriege jetzt kleine Blaue. Aber ich muss auch jetzt... Wie kommst du zu euch gefahren? Ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele lieber mit einer Maschinenpistole. Ja, ich habe mich jetzt hier in der Aufnahmezeichen einfach dran gewöhnt. Ja, das ist gut. Da fast den Punkt verdrehen. Nein. Die anderen beiden Häuser habt ihr schon durch? Ja. Da bleibt drin sitzen. Schoppen auch, ja. Du warst unartig, du bleibst heute sitzen hier. Okay, okay. Fünf sitzen, oder? Dann zur Zone hin oder nicht? Äh, die Line is coming, ne? Ja, wie fahren wir? Fahren wir querfeld? Ich hätte gesagt, dass wir da, wo wir gekommen sind, langsam zurückgehen. Oder querfeld. Also dahin so ungefähr, da. Ich würde sagen, wir nehmen die Straße. Hast du einen Rucksack? Ja. Ihr solltet euch jetzt auf den Weg machen. Ja, wir machen uns sofort auf den Weg. Was ist denn da oben? Ich biete mal den Gegnern, äh, Sepp, als Opfer an. Ja, das ist gut. Komme. Ah, ja, das geht sich nicht so größer aus. Schade. Warte mal, malade. Sepp, bevor du denkst, ich hab Aggression gegen... Achtung, Gegner vor uns! Auf der Straße? Ne, ist ein Motorrad. Scheiße, sorry, sorry, sorry. Kommando zurück. Ich kann nicht mehr über die Mauer springen. Es gibt jetzt eins in den Motorrädern? Ja. Okay. Ich hab das als Gegner identifiziert. Warum steht das Auto da draußen? Weil ich's rausgeparkt hab, komm. Ja, warte. Sorry, geht schon. Das andere, was da rumlag, Caro, das war nur eine Schrotflint-Munition, ne? Ja. Hast du die Autoschrotflint, oder was? Ja. Ah, wie ich, du hast die Autopumpe. Ja. Cool, ne? Mit Schalldämpfer. Nein! Tür ist offen. Ja, hier war ich schon. Ich hab's gerade überlegt, ob ich hier schon war. Guck's da. So, im Abbot, Sepp, ähm, gegenüber jetzt die Stadt, da sind bestimmt Gegner gewesen. Ja. Da sind zwei abgesprungen. Aua, aua, aua. Ja, da fahren wir nicht lang, da fahr ich ab hier Quelfeld zuerst mal. Ja. Die werden sich sehr wahrscheinlich aber auch bewegt haben. Ja, aber ich will das jetzt noch nicht testieren. Ja, Caro. Ah, shit. Wir haben fast keinen Spritz. Ah, wir machen das, Caro. Da standen auch noch ein Motorräder auf dem Weg, aber ihr seid, fahrt Querverein, ne? Oh, lol. Wir machen, wir machen das. Ich fahre sparsam. Du fährst einen Diesel? Ja. Sowieso. Aber nicht so einen deutschen Diesel, oder? Kein Schummel Diesel, sagst du? Wir werden gleich das Auto da vorne kapern, ha? Wo? Was dort fährt, da? Da, 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 da. So, Taxi ist jetzt vorbei, aussteigen, Zug endet hier. Okay. Ich glaube, ich kann fliegen. Nein. Nein? Du fährst ja mit mir. Na, Gott sei Dank. Mit Sepp vorhin immer. Und zweimal hat mir gereicht. Sorry, Sepp. Nein. Ich glaube, da fahre ich besser. LOL. Hallo? Hallo? Alter, ihr seid jetzt schon da? Ich habe eigentlich mit zwei Minuten auf euch gerechnet hier. Ich habe ja keine Wahl. Sind schon da. Ja, wir haben unser Wagen ein bisschen abgelegen, abgestellt, damit wir die restliche Strecke laufen. Ja. Ein bisschen zu faul. Die links, die Häuser, die östlich noch nicht benutzt. Okay, ist gut. Okay, da gehen wir jetzt rauf. Ja, auf jeden Fall. Da war ein Rucksack am Eingang. Echt? Bist du drüber gelaufen? Bist du drüber gelaufen? Mensch, bin ich bescheuert. Hier oben liegt ein Hände, Stufe 2. Ja. Brauche ich dann? Hier liegt der UMP. Ich habe eine UMP. Falls er will. Aber ich muss jetzt wechseln. Hier liegt eine AK. Oh. Und hier liegt Fünfer-Munition. Ich nehme die einfach mal mit. Wohin? Wo bist du denn? Ah, hallo, Schatz. Was ist denn besser die M4-16 oder die M16-A4? Ja, Schatz. Hängt davon ab, was du haben willst. Die M16-A4 hat dauervoller die Andrade-Überstoß. Bitteschön. Danke. Äh? Da. Aber wie viel Munition hast du dafür? Ja, bin mit 30 plus 150 verfern... Äh, gut, drin. Jetzt brauche ich nur noch ein Visier. Hast du 30 für mich über? Ich habe nämlich nur ein Magazin für die M16. 9 Millimeter. Aktuell nur 30 Schuss. Oh. Hm. Kann ich gebrauchen. So, ich krieg's dann noch ein Schatz. Ja. UMP behalten? Ja, warum? Weil oben auf dem Dach liegt noch eine M16. Brauch ich dafür Monnet? Die Fünfer, die habe ich eingesteckt. 90 Schuss. So, Leute, wir müssen uns weiter Richtung südlich bewegen. Neuer Punkt ist von mir markiert. Ja, passt. Zu Villa brauchen wir, glaube ich, nicht nach hinten schauen. Äh. Oh. Schauen wir nach da, wo... Ja, auf dem Weg, wo wir zulaufen. Ey, du. Wer, wer, irgendwie ich? Ja, immer eins von meinen Füßen umeinander. Also, wenn ihr... Ich wollte einfach meinen Popo-Schutz zeigen. Also, wenn jemand zufälligerweise einen Rotpunkt zweifach, vierfach Sucher hat, ne? Was hast du denn für ein Gewehr? Eine AK, weil ich habe jetzt von Caro den Schalldämpfer bekommen. Okay. Also hast du Prio 1 heute. Ich kann da ja damit gar nichts von dem Sachen dienen. Schüsse nicht. Schüsse, deine Häuser sind sehr wahrscheinlich. Den Lauf, nicht schießen. Das ist bei der Villa. Die Villa, die mache ich nicht. Nein. Dann nur aufpassen, die können dann ja auch hier hinkommen. Mhm. Meine Beine. Du bist in der Nähe auf mich. Getroffen? Du bist getroffen? Ja, ich bin einmal getroffen worden. Sex. Komm aber von der Villa hinten. Kommen da welche? Oh, ne Kugel ist an mir vorbeigegangen. Autsch, ihr Schweine. Ich gehe nach oben. Ich gehe rauf. Okay. Bei Erster. Ey, bleib unten. Sollen die ruhig kommen. Die kriegen nur den Tod. Da. Eine M. Aha. Kugel, da ist noch Moni für die... Die Siebener. Nee, Fünfer. Na, die Fünfer habe ich für die... ...habe ich nur mitgenommen gehabt. Achso. Falls du die Langwaffe haben wolltest. Ich brauche leider keine. Achso. Braucht jemand die Fünfer, Moni? Ich. Äh, ja, gibts mal selbst. Dann komm rauf. Ich bin ja hier. Hast du mich verfällst? Ich muss mal gerade ein bisschen Heiligen machen, ne? Achso, Heiligen. Ich komme zu dir rüber. Die sind ja oben alleine, dann kann ich dich decken. Na, ich sitze hier in der Toilette. Ähm, brauchst du mal Privatsphäre? Nein. Ähm. So, jetzt kann ich weiter looten, ja. Hier rumliegt ne Schrot. Auf dem Dach, ja. Ja. Hier liegt die SKS. Nein, wirklich? Ja, der SKS liegt da. Falls jemand haben will. Ich bin ja schon ein bisschen... Eigentlich nicht. Meine. Ah, ne, ich hab keine Schuss. Dann nicht meine. Nein, ich habe Schuss. Gut, meine. Ich bleib bei meiner M16. Seid ihr alle schon draußen? Ja. Wir sind hier im... Achso, die sind schon draußen, ja. Ich gehe gerade zum nächsten hoch. Wenn ihr noch Medizin oder Ähnliches braucht. Oh, das brauche ich mindestens. Ach, da war schon wer von euch. Ich habe noch zwei Verbände und einmal die Schmerz ist mit. Ich gehe noch mal ins andere Haus hier rein. Du kommst auch noch mit. Motorradheim habt ihr alle, ne? Ja. Hier oben liegt ein Magazin für die UMP. Hab ich schon. Hier liegt ne Polizeiwester. Stufe 1. Ich habe nur zwei, ein bisschen laiert, aber trotzdem noch gut und schluss. Ich habe es nur gesagt. Aber ich danke Ihnen. Die Line is coming. Für wieder. Da ist nichts mehr. Ja. Ich gehe mal ein bisschen vor. Der Ausgang. Ich komme nicht drüber. So, und weg hier. Kommt ihr? Ja, bin unterwegs. Ich glaube auch. Weil? Okay. Oder? Ja, aber es scheint von da aus keiner zu kommen mehr. Jetzt habe ich meinen ersten Roadkill im Squad. So. Brauchst du noch eine Erste-Hilfe-Koffer oder sowas? Ne, oder Verbände? Ich habe zehn Stück noch. Ich habe sieben Verbände. Okay. Wir sind drin, ne? Ja. Lootkiste fällt in Richtung 195 Grad. Ein Step. Ich bin am überlegen, ob wir hierher gehen. Wohin? Dahin gehen. Richtung Westen, ja. Wir haben zwei Minuten, Snake. Okay, lassen wir das. Da ist die Bombenzone auch gerade. Da laufen wir, Caro. Schüsse. Rechts. Genau, von der Seite. Gut, dass wir da nicht hin sind. Versuchen wir mal runter in die Lagerhalle zu kommen. Die Lagerhalle. Ja, linke sollte so ein blaues Haus. Ah, da. Da sind die Türen. Die sind zu. Ein paar Schüsse in der Nähe. Nee, die sind rechts weiter. Weiter rechts. Die Lagerhalle gibt wenigstens ein bisschen Deckung. Caro, du bist hinter mir, oder? Ja, ich überlege, ob ich in die blauen Häuser gehen soll. Die Türen waren dort zu. Schau mal nach. Wenn der was ist, Caro, ne? Bist du es durchsetzt, bin ich tot. Egal, ich komme zur Rache. Was? Dann gehe ich Richtung Caro und beschütze sie. Fische sehen gelootet aus. Ich gehe hier in die Lagerhalle oben mal rum. Aber es sieht schlecht aus hier. Maske, Helm. Haut bei mir hat in der Tee. So, gehen wir. Oder? Lagerhalle ist gelootet, würde ich sagen. Okay, Königin. Hier liegt eine automatische Schrotze. Also, ja, die Fünfer-Schrotze. Ich sage immer automatisch. Noch 40. Ja. Hier liegt noch ein Rucksack. Was für ein 1er? Ja, hier liegt auch 2 1er Rucksäcke noch. Ah ja, wäre cool. Schuss? Schüsse links und rechts. Ja, links und rechts habe ich auch Schüsse gehört. Links hat sich nach einer K angehört. Jo. Na super, ich wollte jetzt sagen links und weit. Fertig, fertig? Wir sind schon weiter. Die Halle ist recht leer. Okay. Die Häuser sehen noch zu aus. Nein, da ist eine Tür offen. Ich schaue hin. Line is coming. Aber trotzdem rein. Ja, ich renne auch hin rein. Da ist schon wer drin. Ja, die Tür ist offen. Da wird das Sepp. Ja. Hier ist die Tür offen. Das Haus ist gelootet. Das hier auch. Nächstes Haus. Nein. Das blaue Haus ist... eine Seitentür auch offen. Ich habe Angst. Ich auch. Ich habe Angst. Auch gelootet. Okay, gehen wir weiter. Lassen wir sie sterben? Nein. Hier ist ein Spieler auf jeden Fall gestorben. Ja. Ist was drin? Na. Dann können wir auch gleich weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter uns verderben. Richtig. Richtung Lein. Richtig leben, bis wir sterben. Gehen wir hier her, oder? Ja. Schüsse? Ja, ja. Du bist ein Tuchhecke an der Dome. Du bist ein Berg. Du bist ein Berg. Sollen wir auch hier links hochgehen? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hau ab. Bereit. Zwölf. Heck mich. Von wo, von wo? Fahrzeug, Fahrzeug. Keine Ahnung. Vom Bunker. Da oben ist der Schätzbunker. Das wusste ich nicht. Von wo aus kommt das Fahrzeug? Ähm. Es fährt da rechts von uns. Ist das rausgefahren, irgendwie. Die Line ist aber auch hier. Ja. Ja. Aua. Bautschäpper, 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 bautschäpper. Geht mal vor uns, Richtung Westen. Fahrzeug, ja. Ja, sehe ich. Beide, einer ist tot. Beide, beide tot. Beide, ja. Auto fährt und raus. Schüsse, 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 Schüsse. Ja, ich muss, ich muss Schmerz mit in dem Decken, 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 Decken. Von wo aus kamen die Schüsse? Hab keine Ahnung. Vom Hügel drüben. Da war noch ein Gegner. Ich gebe... Hinten fährt Motorrad. Da kommt noch ein Auto. Von wo aus kommt das Auto auch da? Andere Seite. Ich... Warte. Ich lute mal eben. Zweifachsucher, Energy Drink. Ich muss mich jetzt noch... Stufe 2 Schutzweste hat der eine. Und eine Langwaffe mit 5mm Munition. Hier ist eine beschädigte Stufe 2 Schutzweste drin. Hier ist eine reparierte, eine ganze. Wo ich bin. Hat der irgendwie auch noch mehr Decks irgendwie? Nein. Damit. Und dann die zweite Stufeweste. Ach, da drüben liegt der Wissen hier. Ah, ich brauche eine fucking 7-6-2-Mun. Hier ist bei dem einen hier drin. Ach so. Wo ich liege, ist 7-6-2-Munni drin. Okay, wir müssen uns aber auch... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und weiter, weiter, weiter. Wir müssen weiter. 30 Sekunden noch. Stell, ja. Ich schieße ganz nah. Ja. Oh ja. Dauerfeuer. Mit Schalldämpfer. Mhm. Aber aus der Richtung, wo das Auto hingefahren ist. Du bist du? Ein Schmerzmittel habe ich mir genommen. Hast du? Du auch? Okay. Ich spiel dazu die Bäume. Line is coming. Wie immer. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Wir hatten beide rausgeschossen. Ich habe draufgeschossen. Ich habe auch draufgeschossen. Ich habe mit der Schrode draufgeschossen. Ich glaube, Sepp hat einen Kill mit reingehauen. Naja, ich meine wohl, dass ich einen Kill gekriegt habe. Brennt sich aber nicht mehr nicht. Schuss. Links. Aber beidseitig weiter mit dem Feuer. Rechte Seite. Hügel runter. Positiv. Sichtung habe ich. Sehe ich nicht. Keine Sichtung. Hast du es perfekt. Ist der tot? Auch Heller? Ja, beim Baum. Weitere Gegner befinden sich gegenüber. Bei Haus Richtung östlich. 120 weitere Gegner gesichtet. Ich habe zwei Hits gemacht. 120. Andere Seite. Wo genau? Die hinter uns. Habt ihr jetzt tot oder was? Im Haus drinnen vor uns direkt. Im roten Haus oder was? Ja. Rot Dach Haus. Die hinter uns habt ihr getötet. Ja. Habe ich zwei Stück down gemacht. Welches? Ganz rotes oder rot-weißes? Rot-weiß. Oberer Stockwerk sogar. Rot-weiß, rot. Beide. Einer ist down da unten. Positiv. Wir müssen aufpassen dann auf die Line, ne? Hier nehme ich genau auf bei der Line, ne? Also im Haus muss auf jeden Fall noch was sein. Bei drei Gegner gesichtet, der ist mir entwischt. Wo ist er denn? Der reint zwischen... Der hat einen Schalldämpfer drauf und ist rein. Okay. Beistück drinnen. 45. Dann Granate geflogen. Ja, die kriegen von zwei Seiten gerade ordentlich Feuer. Von unserer und von der anderen. 15 Sekunden. Wir sollten gehen. Ja. Spieler unten! Ist tot. Sepp, perfekt. Ich hab auch noch einen Kill heute. Ja, ich hab die Karo nur angeschossen. Ja. Okay, hat. Du hättest dir anschauen können, ob der noch was zum Looten hätte. Beim Punktgeschotter war's. Habt ihr auf den Medik irgendwie? Ich hab nichts. Ich hab Erste-Hilfe-Koffer. Aua! Wird angeschossen. Angeschossen. Weitergehen. Weitergehen, Karo. Wow! Die sind hinter uns. Ich komm zum Stein und zum Busch. Ah, ich bin down. Wow. Ja, sorry, sorry, sorry. Wo sind sie jetzt? Okay, okay. So, ich mach... Ich geh hin. Karo? Ja? Decken bitte. Deck direkt uns. Ja? Wir haben eine ganz miese Position. Ja. Leg schon mal die Mediks bitte hin. Medik liegt. Danke. Direkt bitte noch decken. Ich nimm's direkt erstmal. Energy liegt auch. Äh, ich würde gerne... Wow. Ich bin ausgereicht. Ich bin... Oh, scheiße. Verdammt, was ist da los? Fuck, fuck, fuck. Was geht hier ab? Keine Ahnung. Was war das? Aua! Ich bin down. Sehr witzig. Äh, von wo? Also hier trifft er mich noch. Ja, ich bin schon wieder. Ja, mit der Schrotze. Du bist ja auch gleich... Da ist einer vom Baum. Okay? Direkt neben uns. Okay. Boom. Beim Baum. Ähm, 40? Okay. Einen Arsch. Hast du ihn erwischt? Noch nicht. Ist er. Ha! Perfekt. Da ist noch einer. Oh. Mir egal. Ich muss Snack helfen. Ich hab noch Medikids bei mir in der Tasche drin. Gut Snack, wir müssen. Ja. Da ist die Tasche. Ich nehm hier... Ich nehm die Verbände mit direkt. Du... Lauf, lauf. Du Arsch, du hast nicht mal gesagt, dass du einen Zweifach-Sucher hast. Achso, die hatte ich doch schon. Jabber... Jabber Hood hat mich erledigt. Jabber Hood? War ziemlich. Schüss. Leckt mich. Darkheim. Mhm. Halt dich hoch. Ja. Ja, so weit wie es geht natürlich. Oh, schon so spät. Was? Uh, okay. Eke, bleib dir liegen. Du bist genau drinnen. Den Zieg bewegt mich jetzt noch. Ja, mein Zielgerade. Fünf Stück nur noch am Leben. Bist du deppert, Kegge. Vierer, vierer noch. Ja, ja. Ich sag extra fünf. Ich muss mich hochheben. Ich muss mich hochbewegen. Ich muss mich... Das reinhauen. Aber gut, jetzt bringt dir am besten ein Rotpunkt-Visier. Ich hab ein Holo. Oder Holo. Ich hab einen weiteren Gegner schon gesichtet. Ja gut, ich seh nichts. Ich seh nichts. Zwei sind das. Zwei sind das. Die sind ins Haus reingegangen. Was? Die werden nicht beschlossen. Zwei gehen danach noch hin. Geh wieder runter. Geh wieder runter. Du, geh. Bleib im Wurschling. Nein. Nein. Da ist jetzt noch einer über. Da ist nur noch einer im Haus. Und der muss zu dir kommen. Der muss rauskommen. Ja. Ich lass mir Zeit. Der muss zu gehen in die Linie. Genau. Du heil dich weiter. Letztes Package. Mehr hab ich nicht. Egal. Das heißt nichts. Du bleibst da. Genau. Oh Mann. Leiser. Er ist jetzt stopp. Er ist hinterm Baum. Aha. Er wird schon reinkommen. Er sieht mich. Nein. Er bewegt sich. Er hat sich hingelegt. Er kommt an die Wand. Er liegt da auch. Aha. Ja, dann bleib ich. Nein, 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 nein. Der Renter, der Renter. Geh in eine Hocke, sonst kannst du dich nicht viel bewegen. Nein, nein. Beuert, klasse. Er muss näher ran. Aha. Er ist oben beim Baum jetzt. von dir. Ich sehe ihn. Aha. Er sucht dich. Er weiß nicht, dass du da bist, oder? Weißt du es nicht? Nein, er guckt in die andere Richtung gerade sogar. Echt? Er ist mit dem Rücken. Nein, warte, warte, warte. Der dreht sich wieder. Jetzt muss er zu dir kommen. Nein. Er ist mit dem Rücken zu dir. Hinterm Baum. Hast du eine andere Waffe noch? Nope. Der weiß aber nicht, wo ich bin. Nein. Bleib da. Herzrasen. Bleib. Aus dem Grund, wenn die Linie kommt, muss er in deine Richtung. Mhm. Ah, nee, du musst mehr in seine Richtung, ne? Nö, nicht ganz. Weiter, oder? Du bist noch am Rand gerade, du musst ein Stück weiter zu ihm. Ja, er hat sich jetzt hingelegt, rechts davon, meine ich. Handgranate, hast du nicht zufällig, ne? Nein, nein. Also. Stehenbleiben, stehenbleiben. Stehenbleiben. Kriegst du schnell genug hin? Er bewegt sich, er bewegt sich. Okay, okay. Stehen nur. Sauber. Herzlichen Glückwunsch. Leute, das nennt man ein Chicken Dinner. Sehr schön. Okay, jetzt überlege ich gerade, wie nenne ich denn die Folge. Ausgang zur Lobby. Herrlich. Alter. Hast du gut gemacht. Damit sagen wir Dankeschön fürs Einschalten. Yes. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, machen wir, machen wir. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. Tschüss.